Musik Ich begrüße nochmal Monika Herzig, die neben mir steht. Also Monika ist Professor of Autistic Research an der Jam Lab Private University in Wien. Quasi schräg gegenüber. Von Graz, wo wir sind. Also quasi Kolleginnen sind wir. Monika ist uns wahrscheinlich allen sehr gut bekannt durch ihre Veröffentlichung. Sie hat ein schönes Buch geschrieben über David Baker, also den Jazzpädagogen David Baker. Sie hat ein Buch geschrieben über Chick Corea und sie ist gerade Mitherausgeberin des Routledge Companion to Jazz and Gender. Eine total wichtige Publikation, die vor kurzem, dreiviertel Jahr. August 22. Ja, ungefähr, doch schon ein Jahr dann. Schon ein Jahr schon. Okay, erschienen ist. Also bitte unbedingt alle reinschauen. Es liegt da, du wirst es bestimmt rumsehen. Monika berichtet heute aus ihrer eigenen Arbeit, denn sie ist auch eben eine gefragte Pianistin, die in ganz vielen Ensembles gespielt hat und tolle Projekte gemacht hat. Das Johnny Mitchell Projekt zum Beispiel. Ich freue mich auf deinen Vortrag und wir heißen dich willkommen. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ich habe da jetzt eine ganze Menge und ich gebe jetzt das einfach mal weiter, weil ich finde es gut, wenn man sich das anschauen kann, von was ich berichte. Und ich habe gerade eine Keynote in Freiburg für die Gesellschaft der Musiktheorie gemacht. Ja genau, ich erkläre da mal, was ich da alles habe. Und mein Vorteil war, dann habe ich das einfach auf Englisch gemacht, weil die letzten 35 Jahre war ich in den USA. Also die Wien-Sache ist ganz, ganz neu. Und wie man ja hört, habe ich diesen kleinen schwäbischen Akzent drin. Das heißt, manchmal werde ich ernster genommen, wenn ich auf Englisch rede, weil dann, wenn das Schwäbisch rauskommt, dann kommt das. Aber das Problem, wie ich gesagt habe, möchte ich erklären, dass ich 35 Jahre in den USA war, mit einem Schwaben verheiratet. Ich kann also nur Schwäbisch und Englisch. Und ich habe euch jetzt diese Bücher mitgebracht. Und der Grund ist nicht nur zum die Bücher vorzeigen, das ist actually, um was wir reden. Ich habe verschiedene Beispiele jetzt mitgebracht, was in den letzten Jahren herausgebracht wurde, was unternommen wurde an Aktionen. Und möchte so ein bisschen die Inside Perspective geben, was haben sie jetzt wirklich bewirkt, was sind die Effekte. Und das Ziel, ein Idealziel immer, wenn wir alle hier rausgehen in einer Stunde, dass jeder mindestens eine Sache im Kopf hat, ja, das kann ich machen. Das kann ich in meiner Umgebung machen, das ist ganz einfach und das wird was bewirken. Also darauf arbeiten wir hin. Und ich habe das jetzt 101 Action Items genannt. Das eine Buch, das rumgeht, das sind ja die New Standards, die die Terri Lynn Carrington kürzlich rausgebracht hat. Und mein großer Vorteil ist, dass eins von meinen Stücken drin ist. Und ich natürlich dadurch den Inside Perspective sehen kann, was bewirkt das jetzt. Und ich habe auch genau den Prozess beobachtet, wie es zusammengestellt wurde. Und das andere natürlich unser Companion. Und der jetzt auch draußen ist, aber leider Gottes sehr teuer ist. Also wenn ihr irgendwelche Büchereien habt, denen ihr sagen könnt, bitte holt das Buch rein. Das ist wahrscheinlich die beste Methode. Die Softcover gibt es dann erst in einem Jahr. So funktioniert halt der Kapitalismus, aber da kann man auch nichts machen. Und die Magdalena hier, die hat auch ein Kapitel da drin. Und darum ist das nochmal doppelt wichtig. Aber ja, jetzt kommen wir da drauf. Ich glaube inzwischen, ich mache das jetzt schon mehrere Jahre, ich arbeite ja obviously an dem Thema schon lang. Aus dem Grund, wie gesagt, wo ich 1988 in die USA ausgewandert bin, da war das noch überhaupt kein Thema. Und meine Generation von ein bisschen älteren Damen, wir sehen jetzt zwar die Wandlung, aber leider Gottes war mir in dem Mix drin, der sich da irgendwie durcharbeiten musste durch die ganze Problematik und darum das. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt dortmals gefragt hätte, dann wäre das ein großes Ding. Ich glaube, bei euch müsste es eigentlich jetzt ziemlich schnell kommen. Fünf Sängerinnen, schnell. Ja, geht ganz schnell, geht ganz schnell. Okay, fünf Pianistinnen. Danke. Geht auch ganz schnell. Fünf Posaunistinnen. Melva Lissen haben wir schon. Gut. Wird schon schwieriger. Wird schon schwieriger, right? Meine Posaunistin, die Reu und Regev, könnt ihr die? Super Posaunistin. Gut, da müssen wir schon ein bisschen überlegen, das ist interessant. Bassistinnen sind inzwischen auch ziemlich großartig. Tina Schwarz. Tina Schwarz. Maike Hülmich. Lisa Wulff. Esperanza. Ja, geht ganz einfach. Und Schlagzeugerinnen? Oh. Mareike. Die Mareike. Tina Schwarz. Ja, gut. Also es geht inzwischen schon schnell. Bei den Posaunisten muss man schnell überlegen, die Trompeterinnen habe ich jetzt nicht drin, aber ihr seht schon, manchmal, obwohl es sich schneller bewegt, dauert es noch eine Mutte. Und das ist jetzt mein Projekt, das ich seit zehn Jahren durch die Welttoure, nicht ganz sustainable offen, weil es einfach nicht so einfach ist, aber wir ziehen durch die Welt und die Idee, diese Modelle zu setzen und was auf der Bühne ist, zu ändern. Also die Jamie Baum, die Jennifer Vincent, das ist die Ray Udreggev, die Leni Stern und hinten ist noch die Rosa Avila, meine favorite New York Damen. Und gut, aus der ganzen Überlegung, da kam jetzt mein Kollege James Redden, der in Western Oregon University unterrichtet, der kam vor ein paar Jahren und hat gesagt, gut, ich möchte jetzt die Sache erforschen. Aber das Wichtige ist, ach ja, Wolfram hat ja auch ein Kapitel drin, sorry, natürlich. Zwei haben wir ja hier vertreten mit Kapiteln. Das Wichtige ist, dass es nicht nur darum geht, dieses alte Thema Frauen in Jazz, sondern Gender von der ganzen großen Perspektive. Und das war James auch wichtig als Queer Artist und wir haben das dann von verschiedenen Perspektiven angeschaut. Ich zeige euch ganz kurz ein bisschen von dem, was wir alles drin haben, weil es halt so weit umfassend ist. Von der ganzen historischen Sache, also insgesamt sind es 38 Kapitel, es sind vier Kontinente, wo die die beitragen. Ihr seht die Themen von natürlich Lil Harden, hier ist die Magdalena mit den Queer Aesthetics. Die Idee, gibt es hier eine Masculinity oder kann man das hören, sehen, Feminist Understanding und überhaupt Gender von der weitesten Perspektive. Der zweite Teil schaut die Problematik an von der Identität und der Kultur, was passiert hier in Competitions, wie sind die Verhältnisse, was hat das für eine Auswirkung. Der Ken G hat sich den Bass angeschaut und überlegt, gibt es da Prinzipien am Instrument bis zu Jazz, Dance. Und überhaupt, die Joko Suzuki in Pittsburgh hat sich schon lange angeschaut, was gibt es hier zu sehen in Saxophon-Performance. Dann der dritte Teil, wichtig, was sehen wir in Education und da möchte ich vor allem in der Ausbildung reinschauen, weil viele von den Problemen, die sind einfach so tief, dass man diese oberflächlichen Ansätze sagen, gut, jetzt brauchen wir einfach mehr Frauen im Festival oder mehr Frauen hier, machen die Parität. Das löst eigentlich nicht das Problem, das ist wie ein Pflaster drauf. Wir müssen da tiefer schauen, wo fängt es eigentlich an, dass die Teilnahme dann irgendwo nicht mehr da ist. Und da haben wir dann viele Prinzipien, die wir anschauen, was passiert, wenn man Gitarre unterrichtet. Kommen da viele schon nicht rein, wie wir Gitarre unterrichten. Und ja, Bilder, wie wird es dargestellt, was hängt an der Wand, was ist in Geschichtsbüchern, was ist im Unterricht und so weiter. Und dann der letzte Teil hier ist über Policy und Advocacy, praktisch wie können wir das kommunizieren, die Wichtigkeit auf verschiedenen Ebenen und da ist mein Kapitel dann die Idee, brauchen wir überhaupt all-female-Gruppen oder hauptsächlich female, macht das einen Unterschied. Die Rebecca hat sogar sich ganz in Frage gestellt, hat gesagt, vielleicht haben wir jetzt alles falsch angepackt, jetzt geht es in die andere Richtung und so weiter. Die Jasna hat eine interessante Perspektive von Serbien, wo es halt noch sehr anders aussieht. Gut, das ist also jetzt die Inhalte. Okay, und jetzt würde ich gerne ein Experiment mit euch machen und für unsere Soundperson, da haben wir keinen Sound abspielen, jetzt müsst ihr schnell Silence machen, damit wir das Stream nicht. Aber geht mal dem QR-Code nach, nehmt mal euer Phone, da kommt er zum kleinen Survey. Müsst eigentlich funktionieren. Und dann spiele ich euch zwei Hörbeispiele und eure, also gut, das ist die Band 1, das ist die Band 2. Ihr sollt dann einfach, ihr habt eure Fragen, sagt einfach, wer spielt hier Band 1 oder 2 beim ersten Beispiel und beim zweiten Beispiel. Und dann gebt ihr noch kurz an, warum ihr denkt, dass diese Band spielt. Wie gesagt, das ist ein Experiment, ich versuche mit verschiedener Musik, ich bin selber gespannt, wie was herauskommt. Gut, hier ist Hörspiel 1. Hörspiel 1. Wie gesagt, das ist 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 Hörspiel 1. Musik Hörbeispiel 2 Ja, das ist schon so richtig. Das ist schon mit Absicht so. Ich kann euch nicht alles freigeben. Gut, und hier ist für Beispiel 2. Ich muss noch draufdrücken. Drücken wir mal drauf. Musik 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 Gut, jetzt kann man den Sound wieder anschalten für das Streaming, das sind alle Beispiele, gut, jetzt beantwortet mal kurz die Fragen, tut einfach die Band zuordnen, was ihr denkt, und mit dem Mut, und dann gebe ich euch noch eine Sekunde, und dann schauen wir mal. Wir haben zwölf Responses, Dankeschön. Oh, interessant. Also, sind ziemlich divided Opinions hier, halbe, halbe, und Beispiel 1 wird von 7 Band 1 und 5 Band 2 und vice versa. Also, es ist fast geteilter Meinung. Und was sind jetzt eure Gründe zu den Entscheidungen? Der Hauptgrund ist der Mood von der Musik. Wie man denkt, das Image passt der Band. Das finde ich jetzt interessant, das finde ich super interessant. Und das Zweitwichtigste ist die First Visual Impression. Was stelle ich mir da vor? Und das Drittwichtigste haben wir dann, das haben wir geteilt. Just guessing. Ja. Die Instrumentierung, ja, das ist das Schwierige. Ich muss da jetzt ein bisschen schieben, weil das ist so schwierig, das richtig zu matchen. Und the quality of the recording, genau. Das macht dann auch. Was ich jetzt stark versucht habe, ist, dass der Hintergrund einigermaßen, dass die Präsentation gleich ist. Aber obviously, das Erste war rockiger, mehr mit Ömpf und eine High Quality Recording. Und das Zweite war eine Live-Sache, eine Student-Band. Nicht ganz so tight, ja, ein bisschen muschig every so often, right? Und obviously sind wir halber. Also das erste Beispiel war actually das Stück, das im Standardsbuch drin ist. Und das war meine Band, die Shiro's. Und das war unser Release-Konzert von März 2020. Und das Zweite ist eine Berkeley-Student-Band bei einer Live-Performance. Aber trotzdem, das sind wir doch noch geteilter Meinungen. Das finde ich ja schon mal interessant. Das ist ein Projekt, an dem ich weiterarbeite. Ich schieße da noch keine ganz genauen, aber ich zeige euch, warum ich da dran weiterarbeite. Und gehen wir mal zum nächsten. Die Idee oder eins von diesen tief steckenden Sachen, die wir halt sehen, ist diese erste visuelle Impression. Und das heißt nicht, dass wir irgendwas gegen Frauen haben oder sonst was. Das heißt nur, dass in unserer Gesellschaft das Image von einer typischen Jazz-Band ein bestimmtes Image ist. Und das ist halt kulturell geprägt. Und natürlich wollen wir Änderungen hervorrufen. Aber es muss klar sein, dass wir dann ganz tiefe kulturelle Sachen ändern müssen, wie diese Vorstellung ist. Wir haben erst im Juli in Frankfurt, Michigan, unser Journey-Projekt gespielt. Das ist ein schönes kleines Theater. Und danach kam tatsächlich jemand zu mir her und sagt, kann ich dich mal was fragen? Ihr seid doch Jazz, right? Dann sage ich, ja, eigentlich schon. Ja, aber wie kann man denn Jazz spielen ohne einen Saxophonisten? Aber das zeigt ja, wie tief das drinsteckt, diese Vorstellung. Man hat halt bestimmte Images. Und was dann halt kommt, also das hat sie ja auch, da gibt es viele Bücher drüber, zum Beispiel Whistling Vivaldi mit Claude Steele, der das untersucht hat. Es ist ein Wissenschaftler in Chicago, ein schwarzer Wissenschaftler und hat halt festgestellt, wenn er abends heimlauft, dann gehen die Leute immer auf die andere Seite, weil sie denken, er ist ein typischer, was man sich vorstellt. Da war dieses Stereotype Threat und dann irgendwann hat er mal angefangen, während er heimgelaufen ist, Vivaldi zu pfeifen. Und auf einmal sind die Leute nicht so viel auf die andere Straßenseite, weil er dem Stereotyp nicht mehr entsprochen hat und klassische Musik sozusagen pfeift. Also das zu durchbrechen, wie macht man das? Oder in Mathematik, das hat oft erwiesen, dass Mädchen, wenn man sagt, gut, wir testen jetzt deine Abilities, weil wir müssen jetzt wissen, wie du platzierst. Aus dem Grund, dass einfach angenommen wird, weil Mädchen können halt Mathe nicht so gut, dass die oft unterperformen anstatt zeigen, was sie können. Oder überperformen, aber dass man halt natürlich einfach macht, was man macht, in dem Moment ist schwierig. Und das kommt immer zustande, wenn man so eine kleine als 15% Zahl vertreten hat, dass da automatisch bestimmte Erwartungen einfach sind. Und das ist keine bösen Absichten, das ist nur das, was kulturell halt drinsteckt. Und von meiner Erfahrung zum Beispiel musste ich nach 35 Jahren in ein ganz neues Netzwerk rein, über Kontinente. Da, wo man ist, da hat man sich etabliert, jeder weiß, wie man spielt, was man macht, das ist überhaupt kein Problem. Aber dann kommst du auf einmal in Wien, im ZWE, in die Jam Session rein und das sind die ganzen jungen Studenten. Und du siehst halt überhaupt nicht aus wie ein typischer Jazzmusiker und sagst, so kann ich jetzt auch mal ans Piano. Und dann geht es erst mal darum, hast du deine Charts mitgebracht, was singst du denn heute? Nein, nein, nein. Und also der Moment, wo du halt anfängst, und das merke ich immer noch bei dir selber, du musst dann einfach diesen Beweis erbringen. Und das ist ein Druck und das ist ein größerer Beweis, als wenn ich jetzt einer von den anderen Jungs wäre. Nicht mit Absicht. Und das ist dieser Stereotype-Threat, den ich noch weiter untersuchen will und da jetzt dran arbeite. Vor allem mit der Artistik-Research-Linse. Ändert es die Musik, was macht es zu der Musik, was macht es, wie ich Musik mache oder andere Musik machen würde ich? Und ohne das würde man sich das anders anhören oder auch nicht. Und wie kann man das praktisch in andere Richtungen schreiben? Und jetzt zu dem Buch zurück. Dieser Zyklus, der sich halt aus den ganzen Kapiteln ergibt, sind alle diese Punkte. Und das ist ein Zyklus und der geht halt immer wieder im Kreis rum. Aber jedes Mal, wenn man irgendwo an einem von den Punkten einen kleinen Einschnitt macht, und das kann jeder, und das ist auch mein Ziel, sich zu überlegen, wo kann ich einen ganz kleinen Einschnitt machen, dann ändert sich der Zyklus, dann geht es in eine andere Richtung. Und das sind manchmal ganz minimale Sachen. Aber die Punkte, die also in den ganzen Kapiteln rauskommen, fängt ganz unten an, schon mal, wenn man die Instrumente halt auswählt. Und da gibt es auch genug Studien dazu, ob man es glauben oder nicht, aber es ist halt immer noch dieses Stigma dabei, naja, die Posaune ist halt jetzt ein bisschen schwierig zum Blasen, und das kriegen halt die Jungs und die Mädchen kriegen die Flöte und so weiter. Dass halt schon mal die Auswahl so ist, dass viele in die Flöte, Geige Richtung gehen, die halt nicht unbedingt in die Jazzband-Richtung geht. Das ist schon mal die erste, wo sie es teilt. Und da gab es auch, da haben sie auch Studien gemacht mit Role Models. Also in den USA, da gibt es dann immer am Anfang von der Mittelschule, da wählen sie ja Instrumente aus, weil sie dann in die Jazzbands gehen. Und da kann man sich dann ausprobieren, es ist wie so ein Padding-Shoe. Und dann haben sie ausprobiert, gut, wenn jetzt die Posaune ein weibliches Modell spielt, versus irgendwo anders, wo es halt von einem männlichen Modell vorgestellt wird, tatsächlich auf einmal mindestens doppelt so viele Mädchen sagen, oh, Posaune ist cool, mache ich. Weil man halt sehen muss, sich selber sehen muss. Wie es unterrichtet wird, wir hatten ja gestern das Beispiel mit dem Jugendorchester. Hier ist das wahrscheinlich auch nicht so stark, weil es ja eigentlich keine Jazzbands in den Schulen gibt. Leider, das wäre ja schon mal ein wichtiger Anfang. Aber wir gehen in den USA, da wird halt Mittelschule und Highschool, da fängt man halt in den Jazzbands an. Und dann wird halt in dem Alter, wo alle in der Pubertät sind, 14, 15, 16, da wird die Improvisation eingeführt. Und Mädchen in der Pubertät sind ein spezielles, was du nicht verlangen kannst, ist, dass man sagt, gut, wer nimmt jetzt ein Solo, dass sie sich freiwillig melden und hinstehen. Das sind ganz wenige, aber die, sagen wir mal, die Durchschnitt wird das nicht tun, weil du hast dann diese Peer Pressure, wenn du dann nicht perfekt tust. Du könntest ja dich lächerlich machen vor deinen Freundinnen und die meisten werden sich dann verstecken und erst mal warten und warten und warten und warten und inzwischen gehen die Jungs mich, ich stehe vorhin hin und zeige was, werden immer besser, werden immer besser und die Mädchen warten immer noch. Und da haben wir dann auch diese Great Divide. Das heißt, in der Pädagogik ist es eigentlich ganz einfach zu sagen, naja, anstatt, dass wir jetzt vielleicht freiwillige fragen, sagt man, jetzt nehmen wir alle auf dem Blues, vier Takte, zwei Noten, kann gar nichts passieren, es gibt überhaupt keine falschen Noten, probiert einfach mal hin und her oder Question und Answer, dass einfach das immer beobachtet wird, wo versteckt sich jemand und versucht reinzuziehen. Das sind nur Bewusstseinssachen, dass einem das klar ist, dass das halt passiert. Die Role Models, natürlich, da redet man immer wieder drüber, man muss sich sehen auf der Bühne, bei den Lehrenden, vor allem in den Unis, in den Instrumentalfächern, da ist jemand, der das auch macht. Ich kann das auch überall in den Medien, in Bildern, die Repräsentation, die macht den Unterschied. Der Tokenism, den finde ich ganz spannend und interessant, weil das immer wieder so in Wellen kommt. Das heißt, nachdem wir die schöne feministische Welle hatten in den 70er Jahren, da gab es diese, oder hat sich dann ergeben, dieser Tokenism als Anti-Feminismus, wie es funktioniert, ist, dass man sagt, gut, wir machen jetzt Platz, wir nehmen eine oder zwei von den Besten in unsere Ränge auf und haben dann praktisch so unser Soll erfüllt. Aber was es halt dann bewirkt, ist, dass die ein oder zwei, die aufsteigen sozusagen und anerkannt werden, im Jazz, die Ingrid Jansons und Terrilyn Carringtons, die dort zu der Zeit das auch gezeigt haben. Ihr müsst mal anschauen, die Interviews in den 80er, 90er Jahren, die sind ganz anders wie das, was sie jetzt sagen. Und was das halt bewirkt, ist, dass man sagt, ich möchte nur anerkannt werden, weil ich die Beste bin, weil ich Musikerin bin, lasse das Gendersachen weg und ich arbeite mich mit Ellenbogen gegen alle anderen hoch, weil das sind nur ganz, so wenig, naja, machen wir ganz schnell, das sind nur ganz wenige hier in meinem Umfeld, die Platz haben, darum muss ich die anderen ausschieben und dadurch gibt es diesen Wettbewerb. Und was dann passiert, so funktioniert das nicht, die Änderungen herbeizukriegen, weil dann wird das noch ein größerer Wettbewerb. Und wir haben eigentlich die Gegenwelle gesehen, was die Terrilyn gemacht hat mit den 101 Standards und wie sie aufsteht, sie ist ja jemand, die wirklich nicht nötig hätte, irgendwas. Sie hat alle Accolades, sie hat mit jedem gespielt, eine von den tollsten Schlagzeugerinnen, aber sie hat dann beschlossen, ich stehe jetzt auf und mache was und sage was und stehe für meine Community ein und helfe, dass meine Community besser wird. Sie hat erkannt, diesen Tokenism, dass man praktisch gegen die anderen eingestellt wird mit dem Wettbewerbsdenken. Missing Networks, das ist halt schwierig, wenn es fehlt, und es wird immer zwischen denen rausgesucht, die einem am ähnlichsten sind. Und das heißt, wenn man hier die Bewerbungen hat und sagt, bewerbt euch mal, dann werden sich natürlich die bewerben, die man kennt. Und oft den kleinen Unterschied, den es dann gibt, wenn man sagt, gut, ich weiß jemand, der ist in einem anderen Netzwerk, in Frauen, kannst du bitte in deinem Netzwerk rausschreiben und sagen, bewerbt euch doch mal für die Stelle, weil es braucht dann die Aufförterung. Sonst heißt es immer, hat ja keine. Wir haben sicher nicht, sind ja nicht dabei. Family Pay Gap ist immer noch Reality. Ich kann euch mein Pay Gap ganz genau dokumentieren. Wir haben zwei Kinder großgezogen, die haben wir zu allen Jazzkonzerten herumgeschleppt. Die sagen, sie hassen Jazz, weil sie immer hinten drin sitzen müssen und leise sein. Wenn die Jungs, wenn meistens von meinen Kollegen auf Tour gehen, die sagen, bye, ich sehe dich nächste Woche und das ist kein Problem. Wenn wir mit unseren Ski rausgehen, da haben wir oft Kinder im Bus, ist dann kein Problem, weil wir unterstützen uns gegenseitig. Aber als Frau offen mit der Doppelverantwortung, du hast dann nicht nur die Verantwortung, du stehst auf der Bühne, du denkst dann auch noch, oh, die Kinder müssen jetzt heute Abend um die und die Zeit das und das erledigen und dann muss ich noch da nachschauen. Und dann hast du Doppelprobleme. Oft kann es gar nicht gehen. Viele von meinen Kolleginnen in den Shiros Benz, die haben gesagt, wir müssen unseren Punkt entscheiden. Und wir haben gesagt, also wenn wir jetzt Familie gründen, dann müssen wir unsere Karriere aufgeben, die ist jetzt wichtiger. Dass es tatsächlich eine Entscheidung war. Und die Mediarepräsentation, die Stereotypes, habe ich ja drüber geredet. Und ja gut, ich habe eine ganz längere Mehrliste an Action-Items, aber hier mal ganz klar eine von meinen besten Freundinnen, wegen der wir das Joni-Projekt gemacht haben, die Janice Jaffe. Das war ihre Idee und das war recht traurig, weil sie dann einen Monat, nachdem wir es fertig hatten, gestorben ist und wir es dann in ihrem Memory praktisch getourt haben. Und sie hat mal was gesagt, das hat mir einiges klar gemacht. Sie hat gemeint, Equality does not mean sameness. Das Wichtigste ist, dass traditionell, oft oder in meiner Generation, wir haben halt dann versucht, einen von den Jungs zu sein und so dabei zu sein und eine von der Gang und uns anzupassen. Aber um das geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja darum, diesen Ausdruck reinzubringen, diesen individuellen Ausdruck. Ganz schnelle Sachen, die man erstmal sieht, gut, inklusive Formationen, was ich leider sehe und ich blame auch niemand, aber dadurch, dass man jetzt immer wieder auffordert, gut, jetzt habt ihr mehr Frauen in eurem Line-Up, in euren Gruppen. Die meisten sind dann Leaderinnen und die kommen dann auch wieder mit den Jungs, also Aufforderungen an alle. Schaut genau rein, was man da machen kann, dass es nicht immer so die Token 1 oder 2, dass es mehr, dass es diverser ist. Und ich weiß, die Barrieren da auch dahinter, das ist nicht so einfach. Immer, wenn man Unterricht macht, Workshops, alles, immer sicher machen, wie sieht es aus. Und das ist nur ein bewusstes Hinschauen, weil erstmal wird die Inclination sein, wen kenne ich, wer ist available, wen habe ich. Aber dann nochmal hinschauen, kann ich es noch ein bisschen diverser balancieren. Das kostet oft nicht viel und es ist nur etwas, was man sich vor Augen stellen muss. Schule, Medien, Geschäft, in allem. In allem. Die Lehrpläne anschauen, wie wird es unterrichtet, wie kann man mehr inklusivere Techniken, Curriculas entwickeln. Die deutsche Sprache ist ja super sensitiv mit der Genderisierung. Da habe ich erstmal lernen müssen, nach 35 Jahren, da hat sich die ganze Sprache verändert. Da gehe ich dann selber immer ins Fettnäpfchen. Aber im Englischen, da ist halt immer noch die Rhetorik, the good guys and hey, hey man. Das steckt halt auch ganz tief drin. Und ja, diese Safe Spaces schaffen. Und ich zeige euch nur ganz schnell die Beispiele, die ich euch noch vorführen wollte. Also ich finde, was die Terry Lynn hier gemacht hat mit den 101 Standards, ist unglaublich. Wie schnell, ihr seht ja, was drin ist. Wie schnell sich das rumgesprochen hat. Das war, die Installation kommt ja auch noch dazu, wo es ausgestellt wird. Das ist praktisch das Buch, die Installation, die Aufnahmen mit Weiterführung. War in einem Tag ausverkauft, die erste Edition. Hat ein Grammy gewonnen. Die Vision, die Terry Lynn gehabt hat, ist unglaublich. Es gibt Ensembles, die das Repertoire spielen an vielen Schulen. Die Anastasia, die da dabei war bei der Entwicklung, die hat mir erzählt, da gibt es jetzt ein Festival, wo es ein Set gibt von 25 Tunes und alle Bands. Das gleiche Set spielen von diesen 25 Tunes, von dem Buch. Das Selbstbewusstsein, also von meiner eigenen Erfahrung, das war ein unheimlicher Honor, da drin zu sein und überhaupt die Bestätigung zu kriegen. Hey, was du schreibst, ist was wert und wir hören es. Und ja, das ist interessant. Also da wird es jetzt demnächst die Big Band Version geben. Und da gibt es jetzt die Playalongs, alles Mögliche. Das andere, diese All-Female-Bands, brauchen wir es, brauchen wir es nicht. Ich habe es jetzt zehn Jahre geleitet und jetzt sind wir doch nochmal im Studio vor zwei Wochen, weil wir einen Chamber Music America Grant gekriegt haben und Lenny White dabei war. Und das lässt man sich natürlich nicht entgehen. Auch die Damen in meiner Band, ich sehe, da geht es jetzt noch ein bisschen zurück mit dem Tokenism, wo sie sagen, nee, nee, ich bin eigentlich nur ein guter Musiker, schwätzt nicht über das. Das ist auch okay und das soll auch so sein. Aber es ist ein bisschen so ein Gesellschaftsdruck. Die Kameraderie, die Themen, die wir haben, wenn wir in den Bussen sind und touren, die gegenseitige Unterstützung, die ist wichtig. Das noch und dann möchte ich euch noch die Jazz Girls Days zeigen, die ich auch seit Jahren mache. Das war in Wien zum ersten Mal letztes Jahr. Und letztes Jahr nach fünf Jahren in Indiana hat man über 80 Anmeldungen. Wir haben immer angefangen, da waren wir so fünf oder zehn, haben wir so ein paar. Und nach fünf Jahren, wo ich dann anschaue, die Einschreibungen, so eine Woche vorher, sind wir bei 80. Oh my God, das kann man nicht mehr handeln. Muss man zumachen. Und das waren wirklich 30 Saxophone, 20 Pusshaunen. Da war keine einzige Vokalistin dabei. Da waren alle Hörner, ein paar Gitarren, ein paar Bässe, alles drum und dran. Also das war hardwarming, das zu sehen. Und ich zeige euch nur ein bisschen, das habe ich nicht erfunden. Ich mache da jetzt so ein Research. Wirkt es? Funktioniert das? Und ich habe da das Feedback jedes Mal. Und habe deswegen gefragt, also die, die über die letzten fünf, sechs Jahre dabei waren, was ist wichtig für euch? Und das Allerwichtigste, was sie sagen, playing with other girls. Dass man sieht, da sind noch andere, die dabei sind. Und Improvisation lernen, das ist für die super wichtig. Und die Mentorinnen sehen und sie sagen es ja dann auch nur in ihre Kommentare. Und ehrlich dann, it helped me build confidence in doing solos. Das ist die Bestätigung. Gut, das sind Action Items und dann der Schluss praktisch. Ich tue dann nochmal, in der Jazzstudie könnt ihr nachlesen, da seht ihr mehrere. Ich schmeiße es einfach zu euch raus. Hier ist der Cycle. Jeder, bitte überlegt euch was. Da gibt es ganz kleine Sachen, wo man den Cycle reinschneiden kann. Zum Beispiel Musiker sagen, gut, wenn ich jetzt zur Jam-Session gehe, jetzt nehme ich mal eine von meinen Freundinnen mit und mache sicher, dass die mitmacht und sich nicht versteckt. Oder ganz, ganz einfache Sachen, wo man in seiner Umgebung machen kann. Erstens, Mandat, mach das. Und zweitens, ich glaube, dass ich wahrscheinlich schon weit über Zeit bin, wenn wir Fragen stellen sollen. Machen wir das. Ja, vielen Dank, Monika. Toller Vortrag und auch extrem wichtig. Wir haben circa gut zehn Minuten Zeit und wir schießen gleich los mit den ersten Fragen. Ich habe die erste, glaube ich, hier gesehen. Herzlichen Dank, Monika. Du hast eigentlich gar nichts gesagt über deine sehr wichtige Arbeit mit der Jazz Education Network. Und bevor du darauf antwortest, möchte ich sagen, meine Erfahrung in den USA, Monika und ich kannten uns lange Zeit überhaupt nicht, aber wir sind beide im Jazz tätig in den USA. Ich bin also auch 33 Jahre lang fast in den USA gewesen und im Jazz tätig seit ungefähr 20 Jahren. Und wenn ich jetzt zurückblicke, sehe ich, dass ein Problem auch gewesen ist, dass die Hauptorganisation, also international im Jazz, die International Association for Jazz Education, die es bis 2008 gegeben hat, eine Non-Profit, die Educators, Musiker, Leute, die im Jazz Marketing, Artistic Directors von Festivals und so weiter, riesengroße jährliche Konferenzen in New York, auch eine sehr männlich orientierte Organisation war. Ich kann mich gut daran erinnern, dass also die Board of Directors und auch der Executive Director waren meiner Meinung nach eigentlich immer Männer und die Sekretärin, die Assistentin, also eine Frau gewesen, das waren dann die Jobs. Und das hat sich auch ausgewirkt auf was angeboten wurde eigentlich. Jazz Festivals, bis vor kurzem Sunny Samter, Executive Director des DC Jazz Festivals, Trailblazer ist gewesen, Terry Pontremely, die in Detroit gewesen ist, lange Zeit als Executive Director und dann in Ohio bei Cuyahoga College. Aber es waren auch Ausnahmen. Und dann, als IAGE zugemacht hat und die Jazz Education Network von Mary Jo Parpich gegründet wurde, einer Frau aus Chicago, Lifelong Jazz Educator, da hat sich auch viel geändert. Von Anfang an sehr viele Frauen, Immigranten, auch wie du, bist ja von Anfang an dabei gewesen. Und das kam also auch dann im Zug, würde ich sagen, der Veränderung der Artistic Directors, die auf einmal Frauen sind für große Jazz Festivals. Terry Lynn Carrington zum einen und jetzt in den letzten zwei Jahren auch Lakeisha Benjamin, die Saxophonistin. Das war übrigens auf dem ersten Bild, ich habe sie zu verstecken versucht. Ich habe sehr, sehr viel getan und die Visibility dieser Künstler ist, also auch nach Europa, ist sehr groß und ich muss sagen, Hut ab, danke für deine Arbeit, auch für deine Forschungsarbeit, die sehr wichtig ist, für deine musikalische Arbeit und also ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil es ist sehr schwer als Immigrant in den USA und auch als Frau und in dem Bereich Jazz, ich bin also auch Historikerin, als Frau da ernst genommen zu werden. Und da hat sich wirklich Gott sei Dank viel geändert jetzt. Das hat ja die Marion McPartland dort mal zu hören gekriegt nach ihrem ersten Review im Hickory House, wo er dann gemeint hat, und gesagt, you got three strikes against you, playing is ja ziemlich pretty good, you know, three strikes, you're white and you're female and you're from somewhere else. Und die Utah hip, ja, zu der Zeit, das war die früher keine. Jazz Education Networks hat auch eine Minute gedauert, da kam dann nach den ersten Paarkonferenzen auf einmal ein E-Mail-Storm zu sagen, warum sind eure Abendkonzerte nicht divers? Und da gab es einen ganz schönen Shitstorm über Facebook und dann wurde es erst mal klar und vor Augen hat sich noch ein bisschen mehr geändert. Aber im Moment ist die Lonnie Davis die Präsidentin, die die Jazz Arts Group in Charlotte leitet und von New Orleans, unheimliche Powerfrau. Ja, vielen Dank für den wirklich sehr umfassenden Beitrag. Ich werde mir dieses grüne Buch kaufen, vielleicht als Softcover in einem Jahr. Oder E-Copy, die sind auch erforderbar. Nein, das will ich schon in der Hand haben. Eine Sache fiel mir noch ein zu den 80 Anmeldungen in Indiana. Eine wahnsinnig interessante Geschichte. Ich habe auch viel, also in einem meiner Romane spielt Jutta Hipp und Mary Lou Williams eine große Rolle als Studies in Frustration sozusagen. In Zeiten, wo Frauen einfach im Endeffekt es nicht durften. Und interessant ist aber in dem Zusammenhang historisch, finde ich, in den Zeiten von speziell auch Mary Lou Williams, dass ja dieser interessante Fall, der in dem Buch wahrscheinlich auch vorkommt, bestand, dass mit dem Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg die ganzen Männer weg waren. Und das war auch die Zeit der Big Bands. Und es war überhaupt kein Problem, alle Big Bands mit Frauen zu bestücken. Und wenn man sich die Aufnahmen anhört, da gibt es viele und was ich kriegen kann, kaufe ich mir in der Richtung. Die sind nicht schlechter als die Männer, definitiv nicht. Sie waren immer da, die Frauen. Und das ist ja auch jetzt heute gesellschaftlich immer noch ein Riesending, wenn immer gesagt wird, es gibt ja keine Frauen. Es gibt einfach immer die Frauen auch. Und damals sogar, ohne dass es die educational Hintergründe gab, es gab genug, um sämtliche Big Bands zu füllen. Und der Clou der Sache ist ja dann der, der patriarchale Clou sozusagen, dass in dem Moment, als der Krieg vorbei war, alle Frauen, bis auf ganz wenige, und es gab dann vielleicht Valada Snow als Trompeterin, das ist ja auch mit dem Instrumentenpunkt super interessant, die meisten Instrumente für Frauen, wenn es nicht überhaupt ihr eigener Körper war, den sie zum Klingen bringen sollten, über die Stimmbänder, war die Harfe oder das Klavier Dinge, die nicht auf die Straße rausgetragen werden konnten. Und heute haben wir ja endlich eine ganze Menge zum Beispiel auch wirklich allgegenwärtig, könnte ich fast sagen, Trompeterinnen. Das ist toll. Also es hat sich sehr viel geändert. Aber mit dem Kriegsende sind alle Frauen an den Herd zurückgekehrt und sie landeten auch nicht in den Enzyklopädien. War auch noch ein großes Problem bei Jutta Hipp. Die kam dann einfach nicht in die Enzyklopädie, als sie aufhörte zu spielen. Und Leonard Feather wollte das nicht. Es ist unglaublich, das sitzt immer noch im Hintergrund drin, diese Denkweisen. Und eben, ich finde dieses Beispiel so interessant mit den Big Bands, die ohne Probleme mit Frauen gefüllt wurden. Die Internationals. Bitte? Ivy Benson in England, die hat aber auch nicht so viel... Warte mal, ich gebe es mir mal weiter, das Mikro. Die Sweethearts of Rhythm in den USA und dann aber auch Ivy Benson in England, die, glaube ich, bis 1993 getourt hat. Aber auch eigentlich, und so nur Frauen eigentlich in der Band hatte und so wie Art Blakey, auf eine Art und Weise, denen also auch verholfen hat, ihre eigenen Karrieren zu starten. Aber über die herzlich wenig berichtet wird, sogar hier in Europa. Weil die International Sweethearts of Rhythm, die kamen ja aus dem Waisenhaus in Mississippi und haben dann praktisch Chip gejumpft. Die hatten eine Tour nach New York und haben dann beschlossen, da gibt es etwas Besseres zu tun, als im Waisenhaus zu sein. Aber nur dazu noch hinzufügen, es ist nicht nur die Patriarchie und dass sie zurück sollen an den Herd. Aber ich habe ja auch viele Interviews gemacht von meinem David Baker Buch. Es war einfach absolutes, gefährliches Environment. Da ist ein Grund, warum die Mary Lou Williams gleich den Saxophonisten geheiratet hat in der Big Band. Das war zu ihrer Protection. Otherwise, sonst bist du freies, ja sonst was. Das war absolut nicht möglich, da in einem safe, in einem safeen Way dabei zu sein. Das müssen wir auch noch betonen. Ja, die haben alle sofort geheiratet, das war ihre Protection. Das war nicht, weil sie jetzt unbedingt diesen Saxophonisten toll gefunden haben, aber sonst konnten sie nicht in der Big Band funktionieren, ohne dass jeden Abend irgendein Inzident war. Ich bleibe gleich bei Jutta Hipp, da war ja der Sonderfall, die war ja schon eingeschrieben in die Enzyklopädien und wurde dann wieder rausgeschrieben. Und das auch noch. Und ich bleibe noch immer bei Hipp, ich möchte das jetzt gar nicht beschönigen, aber dieser Punkt Missing Networks, das war bei Hipp auf jeden Fall der Fall, dass das wahrscheinlich irgendwas an ihrer Karriere geändert hätte, hätte sie diese Networks gehabt. Aber ich habe das Gefühl bei euch, also so in deiner Generation, ihr establischt ja quasi eure eigenen Networks. Weißt du, was ich meine? Also ich finde, das Missing Networks könnte man wahrscheinlich noch weiter diskutieren, aber ich habe eigentlich eine ganz andere Frage. Und zwar, wenn ich diese Imbalance durch eine intersektionale Linse betrachte, würde, was würdest du denn, also würdest du das, was du uns da jetzt aufgelistet hast, diese Action Items, jetzt aber auch in Bezug auf soziale Herkunft, Class, was ja auch ein Punkt ist, was dir vielleicht nicht so leicht ermöglicht, dein Instrument zu lernen und das dann eben auch kontinuierlich weiterzuentwickeln oder auch Race, würdest du da vielleicht noch Punkte hinzufügen? Und noch eine zweite tricky question, was hältst du von Genderquoten? Ja, das ist eine super tricky question. Ein großes Problem, was natürlich ist, jedes Mal, wenn du mehr irgendwo rein tust, dann muss da der Platz irgendwo hingehen und dann tust du auch was raus. Und wo jetzt die Balance ist, wo du sagst, die verdienen es mehr oder weniger oder schieben rüber, das ist ein schwieriges Problem. Von meiner Perspektive, ich fange lieber unten an mit den Education-Sachen und die Access, dass man sagt, gut, können wir jetzt unsere Ausbildungsmöglichkeiten, wo man spielen kann, so einrichten, dass wir so weit wie möglich unsere Hände rausstrecken und Möglichkeiten, zum Beispiel die Jazz Girls Day, ich mache immer sicher, dass es alles frei ist, keine Kosten, werde immer Sponsoren suchen, da würde ich nie Geld dafür verlangen oder Einschreibungsgebühren. Und habe jetzt auch im letzten Herbst in Wien, bin ich zu den ganzen Schulen gerast, freiwillig, umsonst, und habe einen Workshop gegeben, bloß zum Appetit, zum Sagen, hier gibt es was. Also ich glaube, da sind diese einzelnen Initiativen, wo man wirklich willig ist, die Hände auszustrecken und sagen, komm, mach mit, das ist okay. Es braucht oft diesen persönlichen Kontakt, einfach zum Sagen, jetzt tun wir Bewerbungen raus und dann gucken wir mal, wer sich bewirbt, dann klappt das nicht. Also in Quoten würde ich sagen, das eher so machen, dass man sagt, lass uns sicher machen, dass man jedes Mal, wenn es Bewerbungen gibt, zumindest ein oder zwei von den Kolleginnen oder anderen in diesen verschiedenen Szenen sagen, ermuntert Bewerbungen und dass man wenigstens die Bandbreite schon mal Vorsicht hat, anstatt dass da schon ausgewählt wird. Quoten in den USA, in Akademia, mit Rasse haben sich für eine Weile bewährt und jetzt sehen wir ja schon wieder den Rückschlag, jetzt wollen sie es abschaffen, zum Beispiel an Indiana University. Und was ich genau falsch finde, weil wir gerade auf dem Weg waren, eine gewisse Unterstützung braucht es einfach. Quoten, zum Sagen ist 50-50, ist schwierig, aber zumindest sagen, gut, eine bestimmte Balance wollen wir garantieren. Vielen Dank. Die letzte Frage von Kasper, bitte. Also vielleicht ganz kurz eine Geschichte aus der Praxis, zuerst zur Quote. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass allein die Androhung eine Quote-Wirkung entfalten kann. Bei den, ich sage jetzt mal, reaktionären Kräften, wenn man dann genug oft sagt, ja, wenn sich nichts ändert, braucht man halt eine Quote, dann ist die Kompromissbereitschaft oder die Kollaboration dann plötzlich schon auf einer anderen Ebene. Und jetzt möchte ich ganz kurz, ich bin im Feld Jazz-Pädagogy, sage ich in deinem Zyklus, habe ich mich wiedergefunden. Und im Frühling vor einem Jahr hatten wir vier Stellen zu besetzen. Und das ist nicht Hochschule, sondern Musikschule von Kindern bis und mit Vorstudium. Und wir haben auch genau diese Zielgruppe, die du beschrieben hast, Jugendliche, die dann auch zum Beispiel in so Talentförderprogramme besuchen können. Und ich hatte schon lange Zeit mich mit dem Thema befasst, mich quasi auch beraten lassen als Mann, der jetzt auch in oft eben männlich geprägten Netzwerken arbeitet und habe auch viel Unterstützung gekriegt von Kolleginnen. Und dann wusste ich, ich hatte eigentlich eine geheime Agenda. Ich durfte das aber in der Ausschreibung nicht reinnehmen. Gitarrenlehrerin gesucht, weil das hat die Institution als solche dann nicht erlaubt, weil es muss ja diskriminierungsfrei sein. Dann hat die Ausschreibung, habe ich eine sehr ausführliche Diversitätsklausel eingebaut, die eben alles, wie soll ich sagen, ja eben unterrepräsentierte Gruppen und so weiter. Ich habe gedacht, okay, es muss sichtbar werden. Die Bewerbung habe ich überall, also Leute aufgefordert, versucht das so breit wie möglich zu streuen. Die Realität war am Schluss, die Bewerbungslage war sehr schlecht. Also ich hatte einfach bei Klavier, glaube ich, zwei weibliche Bewerbungen, bei Gitarre gar keine. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kann es nicht sein, jetzt bin ich an diesem Punkt, was tue ich jetzt? Und dann habe ich angefangen, Leute anzurufen, direkt. Ich hätte dich anrufen können, Monika, weißt du diese Stelle? Ich habe, du wurdest mir empfohlen, ich habe mir das angeschaut, das hat mir gut gefallen, beweb dich doch. Und das war am Schluss das, was dazu geführt hat, dass sich doch noch Leute beworben haben. Aber das war erst halbe Strecke. Nachher musste ich in der Wahlkommission eigentlich so ein bisschen, und ich habe in Konferenzen, in Kollegiumskonferenzen oft vorne als Chef gesagt, wir brauchen jetzt hier mal einen Wandel und auch quasi meine männlichen Kollegen, die dann zum Teil sagen, ja, aber es ist doch einfach Musik und einfach nur Jazz und wir tun doch gar niemandem was. Und ich habe nichts gegen Frauen, habe ich hundertmal gehört. Und ich habe auch meine Kollegen verstanden, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr darauf, jedes Mal quasi, wie nennt man das, Avocatus Diaboli zu sagen, ja, aber es geht da übrigens nicht darum. Und ich musste dann, es war wirklich auch schwierig, noch in diesen Wahldings, weil da ist die fachliche Eignung, oder? Und dann am Ende ist es aufgegangen. Ich war total glücklich und ich muss sagen, auch ein bisschen stolz, nicht auf mich, sondern einfach für uns alle, dass es gelungen ist. Ich will nur sagen, Monika, ja, du hast absolut recht, ja, 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 alle können was tun. Aber es ist harte Knochenarbeit und es braucht den konstanten Druck. Und man muss ja die Leute mitnehmen. Ich wollte, ich musste ja nicht irgendwie der Fachgruppe sagen, hey Jungs, Sie seid wirklich, also es tut nicht so blöd. Jetzt nehmt doch einfach hier mal eine Frau in eurem Club auf. Ich muss das ja dazu bringen, dass die sagen, hey, wir wollen das. Ich finde es total cool. Das ist eine Chance für uns. Wir sind diverser. Wir können uns erweitern. Wir wollen das. Und das braucht immer noch sehr viel, ja, Basisarbeit. Well, the good news is, dass es meistens nur diesen einen Step, und wie gesagt, dann hat man ja diesen Cycle rum. Und dann wirst du schnell eine Lawine sehen. Also es ist wirklich nur diese Einmaleinschnitte, die vielleicht ein bisschen härter sind, aber das wird sich dann sehr schnell aus dem Cycle raus. Also, good job. Und die Passivitätssache, die kann ich auch nur sagen, das ist halt immer diese Sache, ich mach doch, ich hab doch nichts, ich tu doch nichts. Eben, das braucht halt was tun. Kasper? Wir können uns drüber unterhalten. Ja, ich weiß schon. Wir gehen jetzt in eine Kaffeepause. Fünf Minuten, also so lange, bis Wolfram wieder klatscht. Ja, ja, wir sind jetzt eine. Vielen Dank, Monika, für einen wirklich schönen Vortrag. Und vielen Dank für deine wichtige Arbeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.